Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play BOT mit mir, dem Domi. Heute fahren mal den T-54E1, den neuen amerikanischen Medium vor dem T-57W und testen mal den ein bisschen aus, wie der so sich spielen lässt, seit dem neuen Update, also ich habe ihn seitdem nicht mehr wirklich gespielt und die Musik ist ja mal geil, Dudelsack, Plänkel, nice, nice, nice. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie sich der spielen lässt. Ah, let's go. Vier Schussmagazin, reichter, mit 390 Schaden pro Schuss, zu 110 Durchschlag auf normale Munition und auf APCR 255, er hat kein HE, braucht man aber auch nicht. Im Autoloader, wo man mehrere Schüsse hintereinander rausfeuern kann, braucht man absolut kein HE, erstmal weil die Schusszahl sowieso relativ begrenzt ist, wenn man da fröhlich um sich klippt und außerdem, HE ist überwiegend fürs Decappen gut, oder für leicht gepanzerte Panzer zum Beschießen. Und Decappen mit 4 Schuss, in dem Fall Magazin, sollte ja machbar sein, auch wenn es nur ein Trackshuttle oder so ist. Und 4 Schussmagazin in einem Panzer, den low-ge Panzer, das reinzudrücken, ist auch schmerzhaft. Da bräuchte ich nicht unbedingt HE. Wenn der Batchett den rauslocken würde, würde ich ihn unterstützen können. Aber so wird es unter Umständen heikel. Naja, egal. Routine an 40, kommt noch zu. Oh, Grille. Ich habe leider noch keinen sechsten Sinn drauf. Die man sehen kann. Okay. Da konnte ich mein Magazin anbringen, aber jetzt kommt der Batchett, jetzt bin ich im Arsch. Todesstern, hilf mir. Das war wohl nix. Naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns an den nächsten Rande nochmal. So, zweite Runde, neues Glück, Murwanka. Sieht mal richtig idyllisch aus, wir sind top tier. Mal schauen, was er so reißen kann. Ich hoffe nur allerbestes. Aber mein Skill-Level ist dementsprechend mau momentan. Boah, wie die Musik anhand schreit. Holy shit. Ja, ja. Da muss ich irgendwas reißen. Ich bin normal kein Autoloader-Panzer-Fahrer. Ich bin gespannt, wie es so ist, diese Map zu spielen. Und diesen Panzer auf diesem Map zu spielen. Vielleicht kann ich so ein bisschen ausnutzen, dass ich top tier bin. Wäre nicht schlecht. Ja klar, verteidigen wir Holz. Holz defensen ist echt eine sehr gute Idee. Das ist ein gutes Brennholz. Boah, das sind ganz schön große Bäume. So. Vielleicht kann ich ja dem Girlfriend hier einen für einen Latz hauen. Oh, das ist noch 50 Sekunden. Finde ich jetzt nicht so gütig. Aber den könnte ich drei von Latz hauen. Eventuell. Mal gucken, was dahinter halt auch so lauert. Okay, einmal hat er geschossen. Das ist schon mal gut. Dann hat er nur noch fünf Schuss. Vier Schuss hat er noch. LOL, wo ist der hin? Achtung, da hinten ist ein Chariot hier. Ja, haben wir ihn gefunden. Wir müssen auf jeden Fall ins Cap. Und zwar deutlich schnell. Ja, ich weiß nicht, ob ich so schnell bin. Dieser Panzer ist unnormal untermotorisiert. Ich weiß nicht, was die Amerikaner mit diesem Panzer gemacht haben. Also, was es ihm überhaupt gegeben hat. Aber die sind so krank untermotorisiert. Weil der ist bei Gott nicht schwer. Ah, da fehlt ihm voll der Speed. Wir pushen auf jeden Fall stark auf das Objekt. Mal gucken, ob ich ja hier schon auf dieses Gestrüpp an Unterholz und Blah durchwerkele. Was ist denn da? Der VK kann ich auf dem Irken? Schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ah, da geht doch. Das ist ja bei uns. Das Objekt habe ich gepusht. Von anderen Objekten. Noch im Reload. Leider kommt das Objekt jetzt schon drüber. Okay. HWK wurde weggeräumt. Auf dem Rheinmetall. Das ist schon mal gut. Warum geht der erste Schuss immer noch daneben? Warum baut sich? Warum baut sich? Wo ist denn die ist? Jetzt bist du gebounst. Da kommt ein Objekt. Ich frage, wo sich das andere Objekt rumtreibt. Oh, das ist es. Ein bisschen TGP hier ein bisschen unterstützen. das kann doch nicht sein ja leute unterstützung wäre nicht schlecht ich komme auf diese neuen objektpanzer nicht klar die sind mir viel zu stark gepanzert das war's für uns Naja, was soll man machen? Ich kann den Panzer bestimmt effektiver verwenden, aber ich weiß nicht. Bin ich gemacht für den Panzer. Schauen wir mal, was der T34 hier noch reißt. Wahrscheinlich nicht mehr allzu viel. Das Objekt ist unglaublich. Wo kommt man bei diesem Objekt durch? Klar, unsere Wanne. Ist einfach sick stark gepanzert. Naja. Schauen wir mal, was ich noch alles angerichtet habe. Aber sonderlich viel kann sie nicht gewesen sein. Sonderlich viel zu haben, was ich noch nicht verstanden habe. ... ... naja ist in ordnung hätte definitiv besser sein können, aber geht ist in ordnung, würde ich sagen bis zum nächsten mal, haut rein und tschüss